Dateien bzw. BibTech-Dateien empfehle ich Ihnen mit einem Programm wie BibDesk zu editieren. Nicht einfach so. Natürlich, auch das hier ist einfach nur loser Text. Sie könnten ihn also auch direkt schreiben. Müssten Sie sich aber dann immer genau daran erinnern, was es alles für Eintragstypen gibt und auch was für Felder zu den jeweiligen Eintragstypen gehört. Da Sie dies vielleicht nicht möchten, wie gesagt, BibDesk. Sie öffnen in BibDesk die entsprechende Datei oder legen eine neue Bibliothek an. Das habe ich bereits getan und sie Literatur genannt. Was gibt es für Eintragstypen, die Sie oft brauchen? Artikel, Book, Booklet, Conference, In-Collection, In-Proceedings und so weiter. Die häufigsten sind Artikel, Book und In-Proceedings, PhD-Thesis. Webpage, auch noch oft verwendet, und Miscellaneous. Für Software verwenden Sie oft noch Manual und für Buchkapitel In-Book. Aber eins nach dem anderen. Artikel ist ein einzelner Beitrag, ein einzelner Artikel in einem Journal. Ich nehme hier mal einen eigenen von mir, nenne ihn Schlosser-DTK-Große-Doc. Autor bin ich und Titel ist Große Dokumente mit Latech Versionierung Varianten. Erschienen im Journal die Technische Komödie im Jahr 2007 und zwar in der Nummer 2. Das heißt, das ist in einem Jahrgang entsprechend die Nummer 2. Viele Journale, viele Magazine haben auch das Volume. Das heißt, wenn das jetzt der, keine Ahnung, der 22. Jahrgang wäre, würde ich hier 22 reinschreiben, zusätzlich. Wenn Sie die Seitenanzahl wissen, geben Sie auch die an. Ich weiß es jetzt im Moment nicht auswendig. Wenn es jetzt Seite 32 bis 45 wäre, oder sagen wir bis 38, geben Sie es so an. Also mit Pages mit entsprechend zwei Zeichen bitte, zwei Minussen. Und das Ganze können Sie dann abspeichern. Sie sehen, jetzt haben wir einen Artikel. Das Buch haben wir bereits gesehen. Knut Techbock. Titel, Publisher, Jahr hatte ich leer gelassen, weil ich dafür ein Datum eingetragen habe. Ich habe also eine genauere Angabe gemacht. Das Feld Date ist ein Feld, das Biblatech, das Paket Biblatech kennt. Nicht aber unbedingt jeder Bibtech-Editor. Dieses Feld habe ich also selber hinzugefügt. In der Software brauchen Sie häufig den Eintragstyp Manual. Also hier zum Beispiel ein Manual. Der von mir oft zitierte SCR-Guide, das ist die Anleitung zu den Komascript-Klassen, hat als Titel das Komascript-Paket. Die zwei Autoren sind Markus Kohn und, kleingeschrieben, Jens-Uwe Morawski. Keine Organisation, erschienen im Monat 9 im Jahr 2004. Danach auch noch, aber eine bestimmte Version, auf die ich mich oft beziehe, ist eben hier erschienen. Manual brauchen Sie also recht häufig. Wir erstellen nochmal ein Buch. Und zwar vom Typ Book. Das Ganze hat den Titel Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Latech. Damit sehen Sie auch schon, Sie können hier auch Latech-Befehle verwenden, wenn es sauber gesetzt werden soll. Das Ganze erschienen im Mit-P-Verlag, zuletzt im Jahr 2013. Der Autor hier. Dann haben wir die Edition 5, weil es die fünfte Auflage ist. Und das Ganze erschienen im, wo haben wir es denn, Jahr 2013. Haben wir schon? Reicht schon alles. Was, wenn Sie auf Konferenz-Beiträge referenzieren wollen? Sie geben wiederum an, ein In-Proceedings. Und anstatt dieses Keys hier, nehmen wir jetzt einen anderen. Und zwar nehmen wir hier Mustermann-Conf. Max Mustermann heißt allgemeine Beiträge zur Verwirrung. Das Ganze erschienen in den Proceedings of the International Disorganization Conference. Erschienen im Jahr 2011 auf den Seiten 457 bis 465. Erschienen vielleicht beim Springer-Feeweg in, wo ist der, Berlin. Und zwar im September. Das soll dazu schon reichen. Und dann wollen Sie vielleicht noch auf eine Website verweisen. Auf eine Webpage. Schlosser Blog. Vielleicht auf http. Schlosser.info. Das ist mein Blog. Bei Webseiten gebe ich immer den letzten Zugriff an. Ich habe zum Beispiel, ja, wann habe ich geschaut? 2015 0111. Hier brauche ich auch nicht unbedingt eine Jahreszahl angeben. Hier brauche ich noch nicht mal unbedingt einen Monat angeben und auch keine Schlüsselwörter. Und das Ganze speichern wir entsprechend wieder ab. Gut, soweit fertig. Sie sehen, hier fehlt noch ein Titel. Den kriegen wir aber dann auch noch rein. So, wir fügen hier noch ein Feld hinzu. Title. Konvergenzbereich. Doktor Joachim Schlosser. So heißt es nämlich. Beziehungsweise andersrum heißt es. Das sind die wesentlichen Eintragstypen. Mehr Eintragstypen können Sie immer hier nachschauen. Genau deswegen empfehle ich Ihnen ja unbedingt, das hier zu verwenden. Sie sehen, wenn Sie auf Dissertationen anderer Kollegen verweisen, nehmen Sie PhD-Thesis, Masterarbeiten, nehmen Sie Master's Thesis. Wenn Ihnen gar nichts anderes einfällt, wenn Sie nicht wissen, was das genau jetzt sein soll, nehmen Sie Miss Selenius. Meistens finden Sie aber hier in den Kategorien hier die passenden. Wenn Ihr Lehrstuhl einen Report veröffentlicht, der jetzt aber nicht in einer Konferenz oder Journal erscheint, ist es meistens ein Tech-Report. Kapitel in Büchern, Inbook, auch immer gern genommen, denn Sie brauchen natürlich hier einen Titel des Kapitels, beziehungsweise des Buches und brauchen natürlich dann hier entsprechend die Angaben zum Buch, zu den Seiten, zum Autor und aber auch zum Herausgeber des Buches. Wir speichern das Ganze ab. Was machen Sie, wenn Sie in einem Konferenzbeitrag viele Autoren haben? Zum Beispiel, Fritz Beispiel, dann können Sie schreiben, wenn es noch viele weitere Autoren sind, and others. Immer praktisch, and others, wenn es viele weitere sind. Was passiert, wenn Sie in Ihrer Organisation, im Autor, im Prinzip schon ein und drin haben? Wenn jetzt hier der Name der Organisation Markus Kohn and Jens-Uwe Morski wäre, dann würden Sie das and einfach in geschweifte Klammern setzen und damit Bibtech, beziehungsweise Bieber bekannt geben, okay, kümmere dich nicht um das and, das ist keine Zusammenfügung von zwei Namen, sondern ist Bestandteil des Namens. In dem Fall lassen wir es jetzt hier aber so stehen. Vielen Dank.